Die Top 100 unserer Lieblingsfilme ist endlich online. Ihr habt die wirklich wochenlang danach gefragt und jetzt ist es soweit. Ihr findet sie unterhalb vom Video schön aufgelistet. Aber warum es so lange gedauert hat, liegt daran, weil es wirklich nicht so einfach war, wie es aussieht. Weil früher, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Top 100 der besten Horrorfilme, mussten wir uns ja nur auf Horrorfilme konzentrieren. Das war ja relativ easy. Aber jetzt hat man ja das ganze Spektrum von den ganzen verschiedenen Themen von Comedy, Drama, Action und so weiter und so fort. Und das hat es wirklich uns nicht so leicht gemacht. Jedenfalls, jetzt ist es online, ihr könnt es euch anschauen und ich weiß jetzt schon, die ein oder andere von euch werden sagen, aber, 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 der und der Film fehlt doch. Ja, dann nutzt die Kommentare, schreibt rein, was euch fehlt, weil es geht nicht darum, dass das unsere Lieblingsfilme-Liste ist, sondern dann natürlich auch irgendwann eure Lieblingsfilme-Liste. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall mal schon viel Spaß mit der Liste und beim Anschauen der Filme. Und wenn noch irgendwas fehlen sollte, ab damit in die Kommentare. Und ich bin auch mega gespannt schon auf die Diskussion. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.